In diesem Video erfahren Sie, wie man ganz einfach Kopfläuse, Eier und Nissen suchen und finden kann. Um Kopfläuse, Eier und Nissen zu finden, gibt es zwei Methoden. Die erste Methode ist die Schnellkontrolle im trockenen Haar. Die zweite Methode, die Läusekammkontrolle im nassen Haar mit Pflegespülung. Zuerst schauen wir uns die erste Methode, die Schnellkontrolle im trockenen Haar, genau an. Die Schnellkontrolle im trockenen Haar wird auch bei der Lauskontrolle an den Schulen genutzt. Halten Sie Ausschau nach Läusen, Eiern und Nissen. Kontrollieren Sie den ganzen Kopf, Strähne für Strähne. Schauen Sie ganz genau auf den Haaransatz, hinter die Ohren und den Nacken. Benutzen Sie den Kamm oder die Hände, je nach Typ der Haare. Dabei finden Sie meistens harmlose Schuppen. Der Unterschied zwischen Schuppen und Eiern oder Nissen ist einfach zu erkennen. Schuppen haben eine unregelmässige Form und lassen sich leicht entfernen. Eier und Nissen sind traubenförmig und kleben fest am Haar. Läuse sind flügellose Insekten mit sechs Beinen und können bis zu drei Millimeter gross werden. Läuse sind im trockenen Haar schwer zu finden. Daher empfehlen wir die Kontrolle im nassen Haar. Für die zweite Methode, die Kontrolle im nassen Haar, benötigen Sie einen Läusekamm und Pflegespülung. Kaufen Sie in der Apotheke oder Drogerie einen Läusekamm. Waschen Sie die Haare. Tragen Sie viel Pflegespülung auf. Und kämmen und entwirren Sie die Haare mit einem normalen Kamm. Kämmen Sie nun mit dem Läusekamm, Strähne für Strähne vom Haaransatz bis zu den Spitzen. Nach jedem Kämmen einer Strähne streichen Sie den Läusekamm auf einem weissen Küchenpapier oder Toilettenpapier ab. Beachten Sie jedes kleine Pünktchen. Schauen Sie am besten mit einer Lupe, ob sich etwas bewegt. Haben Sie Läuse gefunden, erfolgt die Behandlung mit einem Läusemittel. Sie können Kopfläusen auch vorbeugen, indem Sie lange Haare regelmässig zusammenbinden. Alle zwei Monate die nassen Haare mit einem Läusekamm kontrollieren und ebenfalls eine Kontrolle nach den Schulferien durchführen. Hier finden Sie noch weitere Videos zum Thema Kopfläuse, die Sie interessieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Oder duüfst mit einemираrenden Kamm integrieren bis zum spécialen bibliothek. Vielen Dank.